Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Ach, gerade waren die da, die mir den Hausanschluss machen für meine Glasfaser, was ich bald bekommen werde. Freue ich mich schon. Habe auch direkt mal gefragt, ob die ungefähr abschätzen können, wann es denn so weit wäre. Und die meinten, sie versuchen Ende des Jahres, können es aber natürlich, weiß man nie, wegen Situation und so. Vielleicht Januar, Februar, aber wir versuchen es eigentlich Ende dieses Jahres hinzukriegen und das wäre nice. Dann habe ich endlich schnelles Internet, 1 Gigabit und 400 Upload, das heißt, dann kann ich endlich die Videos in 4K, 60 FPS hochladen, ohne dass ich lang warten muss. Ich habe das natürlich schon viel früher gemacht, aber ich konnte halt nicht. Was macht jetzt eigentlich Jo die ganze Zeit, dass der keine Sachen schmelzen tut? Steht hier eigentlich ein Stuhl? Da steht ein Stuhl, okay. Achso, der macht jetzt hier die Drogenproduktion. Ich würde sagen, die pausieren wir mal. Weil wir brauchen nämlich Stahl. Okay, dann macht der Hanf. Verstehe. Ich will doch eigentlich nur, dass er schmelzen tut. Nun gut. Fangen wir mal an mit den Kommentaren. Fangen wir bei Pascal an. Weiter so. Ja, kein Problem, mache ich gerne. So. Go, mehr tragen und wollte fragen, wie hoch ist Bergbau? Oder Bruch? Also Steinbruch und Bergbau ist dasselbe. Dein Bergbau ist auf 3. Also ultra schlecht. Aber gut, das war auch abzusehen, weil du nichts drauf hast. So, und du willst mehr tragen. Also ich meine, im Moment kannst du nichts tragen, außer das hier rein, ne? Und wenn ich mir dich so angucke, hat das auch deine Priorität. Also du wirst tragen die ganze Zeit. Außer wenn du verletzt bist. Aber du bist ja die ganze Zeit am Tragen. Du trägst den Hanf die ganze Zeit hier rein. Hm, Boden fürs Lager. Hm. Wir haben jetzt Beton. Wir haben den. Wir haben den. Das heißt, wir haben Fliesen aus Beton noch nicht genommen. Dann machen wir ins Lager mal Fliesen aus Beton. Ach, endlich gibt's wieder Stahl. Dann kann Pascal auch mehr Schlacke tragen. Oh, Deino anfängt auch schon an zu tragen. Gut, machen wir weiter im Text. Jetzt kommen nur noch Jo-Kommentare. Ich hab ne Idee. Wie wär's, wenn wir den Kunsttisch, einen eigenen Raum machen, wo wir dann auch die ganzen Urnen hinstellen? Ist ne Möglichkeit, aber jetzt noch nicht. Wir machen hier erstmal den Serverraum. Ich hätte Basisnähe so definiert, dass alles in der Heimatzone Basisnähe ist. Was zum... Ach so, die Urnen. Das ist überall da, wo ich die Urnen geklaut habe. Naja, es wär nicht ganz so, wie ich gemacht habe, aber am Ende ist es dann vielleicht doch so. Ein bisschen weniger wär's. Wobei hier, wenn wir dann die Geothermalteile überall hin pflastern, wär's wieder mehr. So. Uff, braucht der Analysator aber noch lang die Bauteile danach nicht vergessen. Ich weiß gar nicht, was Bauteile wären. Den hätt ich früher reinnehmen müssen. Da, wo eu wiß. Okay. Der Haupt festst Hier wäre der Fabrikator. Ja gut, brauchen wir wahrscheinlich, bevor ich das erst forschen kann, wirklich den Multi-Analysator. Wir werden wahrscheinlich den, ja genau, den Fabrikator brauchen wir. Und hier sind die fortschrittlichen, ach sieh mal einer an, jetzt sieht man das was besser. Hier müssen noch Marmorplatten hin. Und zwar da und da, hm, wo muss er denn hier hin, ich meine hier muss auch einer hin. Hier sieht es doch nach Dreck aus, das heißt hier muss auch noch einer hin. Hm. Hm, ich glaube der Boden wäre besser hier drin, als der hier. Wobei den könnte man auch super nach draußen setzen, ne. Wäre eine Alternative, dann hätten wir einen Stahlboden für draußen. Der ist zu unterschiedlich, aber der ist schon relativ ähnlich hierzu. Ich meine, er ist zu hell. Aber dann könnten wir auch sogar mit Stahl draußen arbeiten. So, machen wir erstmal weiter im Text. Farbige oder normale Beleuchtung in der Werkstatt. Im Moment haben wir nur normale Beleuchtung, weil farbige Beleuchtung haben wir noch nicht. Habe ich jetzt schon 15 mal gesagt oder so. Reiß die Ladestation ab, habe ich gemacht. Was ein bisschen blöd ist, dass die Kommentare sortiert nach Uhrzeit gehen. Denn manche Kommis von mir ergeben in der richtigen Reihenfolge mehr Sinn. Sonst schreib doch einfach einen langen Kommentar anstatt viele einzelne. Ich meine, die viele einzelnen sind zwar besser für den YouTube Algorithmus, weil es mehr Aktivität bedeutet. Aber wenn du es sortiert haben willst, dann musst du halt einen großen machen und es selber sortieren. So, warum hast du eigentlich keine Haustiere, wie zum Beispiel eine Katze? Um die musst du dich nicht so sehr kümmern, wie zum Beispiel um einen Hund. Aber ich muss mich kümmern. Mellow wett... äh, Mellow löscht einfach die nervigen Kommentare selbst. Also wenn es denn so wäre, dann wäre das ja halb so schlimm. Beziehungsweise dann wäre es auch schlimm, aber ich würde mich ja selber damit wegmachen. Oh nein, ich lösche keine nervigen Kommentare. Die einzigen Kommentare, die ich lösche, sind diese Pornolinks von diesen Bots. Und wenn einer beleidigen würde, aber bis jetzt hat noch nie einer beleidigt. Also Beleidigungen würden... würden machen... würde ich wegbannen. Also wenn jetzt einer hingeht und dann wirklich einfach nur stropide beleidigt. Meine ich jetzt nicht, wenn einer Kritik übt und dann was ausfallender würde. Also wenn dann einfach nur stumpf beleidigen würde. Hast du aber voll daneben gehauen, Jo, ne? Ich sehe, Jo ist nicht zum Tragen gemacht. Wieso Tragen würde der denn jetzt tragen? Müssen mal die Bergbauleute dafür machen, dass die... eher in den Steinbruch gehen... als Tragen und Reinigen. Damit der Steinbruch mal ein bisschen vorwärts kommt. Weil den Rest kann der Pascal machen. Pascal ist dann der einzige, der Transport und Reinigung vorher hat. Okay, da sind immer noch Mikro-Ruckler. Okay, da sind immer noch Mikro-Ruckler. Dino, wie weit bist du im Anpflanzen? Sieben. Ich will weg von dem doofen Hanf. Das geht mir auf die Nerven. Irgendwas Gutes unter sieben. Für die Ressourcen brauchen wir so viel. Acht wäre gut, dann könnten wir zumindest Stahl anbauen. Ja gut, der Rest bringt uns genauso wenig. Ich meine, den Hanf können wir wenigstens für Kleidung nutzen oder dann für die Joints. So, ein guter Boden für den Server-Raum. Ich würde gerne mal den Boden hier ausprobieren, aber da... Oh, warte, den können wir auch sogar in Stahl machen. Hmmm... Das sieht voll interessant aus mit den beiden ineinander. Weil... Hier geht es halt hier so runter. Ne? Und dann sieht man nur dieses eine Teil vom Schmelzofen. Hier fehlt ein Stuhl. Ja, immer noch keine langen Waffen, ne? Wobei das sieht mehr aus wie ein Badezimmer. Das passt nicht in den Server-Raum. Aber was würde eher in den Server-Raum passen? Hmm... Hmm... Entweder wieder sowas oder so Platten, ne? Ah, das sieht eher aus wie echt wie so ein Badezimmer. Das sieht echt aus wie ein Badezimmer. Das machen wir wieder weg. Hmm... Wir können mal den hier nehmen. Das Problem ist, aus welchem Stein? Das ist kalt. Server-Raume sind eher dunkel, ne? Das heißt, wir müssen sehr viel schiefer hier raus kloppen. Was ich aber machen kann, ich kann die Einstellung vom Steinbruch wieder ein bisschen ändern. Sodass die Brocken eine höhere Wahrscheinlichkeit haben als der Stahl. Weil so kriegen wir ja hauptsächlich Stahl. Setzen wir den auf 50, dann ist Stahl immer noch öfter als die anderen Ressourcen. Aber die Brocken kommen am meisten. Finde ich eigentlich fair. Und genug Stahl haben wir sowieso. Wir müssen nur Bauteile. Wir können da drin ja Bauteile bekommen. Da müssen wir jetzt wieder drauf achten, weil sonst wenn hier das Teil kaputt geht... Nicht so geil. Noch gar kein Licht im Lager. Also hier könnte man auf jeden Fall auch noch einen hin machen. Eine Produktion. Wo haben wir denn das Holz her? Was ist das da? Savage Urin? Hat da einer hingepinkelt oder was? Wer hat denn da hingepinkelt? Wir haben doch gar keinen, der pinkeln kann. Die Tiere? Naja, wir haben ja hier eine Tiertoilette. War wohl nicht groß genug. Oder haben wir einen Verräter unter unseren Androiden? Ist hier irgendwo ein Mensch, der sich als Android ausgibt, der da hingepinkelt hat? Wieso ist hier Urin? Wieso ist hier Urin? Auf jeden Fall hat derjenige seine Spuren nicht verwischt. So, wir können hier jeweils noch ein paar Räume reinmachen oder einen Raum. Und dann müssen wir uns nach draußen bewahren und draußen weiter bauen. Also ich überlege gerade, wenn wir hier, können wir auf jeden Fall noch die Bauteilproduktion irgendwo reinsetzen. Mechanodroidenproduktion, also hier kommt ja noch ein Labor hin. Aber was mit der Mechanodroidenproduktion ist die Frage. Ich weiß nicht, wie viel Platz die braucht. Und dann müssen wir auch noch die Roboterproduktion, wobei die ist ja dann auch mit bei Bauteileproduktion. Okay, die kosten tatsächlich mehr, also sollten sie auch besser sein. Tun sie ja auch, 100 Punkte, 300 Punkte. Wir gehen aber direkt auf die I5 Server, deswegen sind wir ja gerade am erforschen. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie das mit den Servern funktioniert. Das ist halt auch neu für mich. Wir brauchen halt Plastall, es fehlt uns an Plastall. Das Problem ist, dass es auch zu viel zu tun gibt, andere Dinge, dass keiner in Steinbruch geht. Zum Beispiel, was macht Micha den ganzen Tag? Er glättet die Wände, wieso glättet er die Wände? So, weil er Bauern vorher hat, jetzt geht er in Steinbruch. Mike tut natürlich forschen, ist ja klar. Und Dinom tut Pflanzen. Aber solange wir jetzt keine Bauaufträge haben, oder Bergbauaufträge, müsste Micha die ganze Zeit im Steinbruch sein. Das wäre natürlich besser, wenn das Jo übernehmen würde, das Handwerk. Aber finde ich eigentlich auch interessant, wenn der, der für die Steine kloppen zuständig ist, auch direkt die Steine bearbeitet. Guck mal, Jo dagegen, der eigentlich Handwerk hochgesetzt hat, macht es nicht. Kriegen wir auch noch eine Hitzewelle. Na, jetzt macht es Jo. Micha hat einen Misserfolg, kann ich mir gar nicht vorstellen. Der ist so gut im Bergbau. Aber jetzt kriegen wir zumindest endlich auch nochmal Ressourcen. Die Pascal dann schön einsortiert. Oder die wir direkt wieder nutzen können, um hier den Boden weiter auszubauen. Nun gut, ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Oh, haben wir Planstall bekommen. Das heißt, wir haben jetzt die Upgrade-Station sogar exzellent. Ja, nice. Aber gut, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Sehr gut. Also bis dann. Ciao. Ciao.